Ich kann da noch nicht langweilig sein, ich kann es jetzt schon da lang. Entschuldigung. Aber es ist so catchy. Hast du schon einen Ratschfratz gefangen? Es ist klein, aber sein Biss ist heftig. Du gehst in den Vertania-Wald? Sei auf der Hut. Dort verläuft man sich leicht. Naja. Gibt krassere Dungeons im Pokémon-Universum. Tipps für Trainer. Geschwächte Pokémon sind leichter zu fangen. Sind sie bei Kräften, können sie fliehen. Hi. Meine Freunde und ich haben dich schon erwartet. Unsere Pokémon wollen kämpfen. Wusselig, wieso wird mir hier aufgelauert? Ihr kennt mich doch überhaupt nicht. Verdammt. Mir sind die Pokébälle ausgegangen. Wie fange ich nun bloß Pokémon? Du solltest immer genug Pokébälle bei dir haben. Ich habe drei Pokébälle. Kampf. Ah ja. Irgendwo gab es einen Tränke an dem Gebüsch. Habe ich gerade gelesen. Ja, Tränke. Ich bin doch behindert. Ich hätte ja meine Tränke auch einsetzen können. Dann wäre ich nämlich noch nicht zweimal verreckt. Ich vollidiot. Ich komme mir vor wie ein fucking Anfänger hier. So ein Scheiß. Da spielt man einmal drei Jahre kein Pokémon. Und schon ist man völlig aufgeschmissen. Hollywood wurde bepflanzt. Oh nein, nicht Fadenschuss. Bisa Sam's Initiativ sinkt. Nishimara Taka schadet Gegner an. Ich habe früher gedacht, das heißt gegen. Gegen, aber so macht das auch keinen Sinn. Ich weiß auch nicht, wie ich durch dieses Spiel durchgekommen bin als Kind. Also ich finde, bis jetzt gibt es durch Bisa Samen nicht so viel Mühe dafür, dass ihr den alle so toll findet. Armes Bisa Samen. So, jetzt machen wir das fucking Hornview fertig. Scheiß Hornview. Kurze Umfrage. Hot? Nee, nee, nicht Hot or Not. Wer ist besser? Hornview oder Robby? Egal, scheinbar. Ich finde Robby besser als Hornview. Ich wollte gerade einen Pokéball werfen. So glücklich nicht. Sei kein Dieb. Bisa Samen erreicht Level 8. Käfersammler setzt Rauby ein. Ist in mir gerade, glaube ich, ausgewählt, ne? Ich habe den gar nicht mit Eggel Samen bepflanzt. Meine Aufmerksamkeit spannen in den Pokémon-Käften ist immer ein wenig... Nein! Oh Gott. Ich stehe hier unter Druck. Ich stehe hier unter Druck. Ich muss hier krass abliefern. Und... Es ist alles nicht so einfach. Aber gleich kann ich ja mal einen Trank einsetzen. Oder ich laufe nochmal zurück ins Pokémon-Sendor. Ich bin immer sehr geizig übrigens mit... Allen Items. Und will aber möglichst nie irgendwas einsetzen. Wie zäh das ist. Das habe ich echt nicht so zäh in Erinnerung, ey. Ohne Scheiß. In meiner Erinnerung ist es immer... Pokémon trifft auch Pokémon. Ist sofort tot. Bisa Samen erreicht Level 9. Ugi, Sie, Käfersammler. Käfersammler. Ah! Rauby hat es nicht geschafft! Ugi gewinnt 60 Pukedollar. Wieso kriege ich eigentlich nur so wenig? Äh, äh, äh. Ja, ich gehe nochmal ins Pokémon-Sendor zurück. Scheiß drauf. Okay, ich setze euch jetzt keinen Trank ein. Soll ich mir ein Gegengift kaufen? Vielleicht eine ganz gute Idee. Achso, Moment. Nein, nicht. Also hier gibt es keinen. Aber da unten gab es, glaube ich, einen. Einen Trank nochmal. Genau. Yes. Rauby wird zu Smetbo. Mit Smetbo kann man super easy Mew fangen. Ja, da stimme ich zu. Eine Unterhaltung im Chat. Mit Mew fangen? Mit Smetbo? Also ich weiß, wie man Mew fängt, aber ich muss jetzt... ...tatsächlich mal überlegen. Warum man einen Smetbo dafür braucht? Was ist eigentlich nur ein Abbrot? ...in meiner Erinnerung. Oder? Du brauchst einen Abbrot, damit du teleporten kannst. Damit du diesen komischen Dings auslösen kannst. Ein Smetbo. Also... ...fass ich auch nicht. Ja. Ich finde ja auch Smetbo. Besser als Horn-Lew. Äh, als... ...Bibor. Ich kaufe noch ein Gegengift. Jetzt ist es auch egal. Hallo, kann ich dir behilflich sein? Kauf. Kein Kauf. Gegengift. Nein. Ja. So. Und weiter geht's. Es tut mir immer leid, wenn ich anfange mitzusehen. Weil es so sinnlos ist. Das ist der sinnloseste... ...Beitrag, den man in ein... ...Let's Play bringen kann. Man summt die Melodie der... ...des Spiels mit. Aber ich mach's automatisch. Ich kann mich nicht dagegen wehren. Ich fand diesen Raum immer komisch. Wieso gibt's ein Haus, was in den Wald führt, wo dann so Toppflanzen drinstehen? Merkwürdig. Merkwürdig, merkwürdig, pupferkwürdig. So. Hier gibt's, glaub ich, ein... ...Pikachu zu fangen. Aber scheiß auf Pikachu. Ohne Scheiß. So, gehen wir mal nicht, das Sogras. Ich wollte den eigentlich selber ansprechen. Ich find das immer doof, wenn mich Trainer ansprechen, dann... Ich denk dann immer... Ich hätte vielleicht lesen, was er sagt. Hau nicht einfach so ab, da vorne, bla bla bla. Ähm. Ich denk dann immer... Das Spiel... ...denkt sich dann... ...ich möchte mich an den Trainer vorbeischleichen. Also selbst wenn ich denen einfach so direkt ins Gesicht laufe... ...und das getriggert wird, dass die mich angreifen... ...denk ich dann immer so... Oh, das Spiel denkt jetzt aber, ich... ...ich will davonlaufen und will mich daran vorbeischleichen. Weil das ja völlig irrelevant ist. Naja. Das ist ja schon fast so ein bisschen... ...ähm... ...den... ...die... ...Paranoia, die man bei sowas wie... ...Silent Hill haben muss. Wo ja teilweise solche Sachen... ...Auswirkungen auf das Ende des Spiels haben. Wie... ...wie verhältst du dich manchen Figuren gegenüber? Ohne, dass dir das gesagt wird. Großartig. Dieser Samen kann nicht vergiftet werden. Danke. Egal. Äh... ...mich stört es nicht, wenn du mitsingst. Sehr gut. War Hugi schon oben links? Da liegt ein Pokeball. Kann so... Ich finde schon alles. Ich finde schon alles. Keine Sorge. Ja, ich hätte keinen Pokekriegengift kaufen. Das hätte ich auch schon drauf kommen können, weil... ...wurde schon Giftstarren eingesetzt. Egal. Irgendwas wollte ich sagen, aber ich habe es vergessen. Ich muss übrigens einmal kurz... ...Moment. So. Damit ihr nämlich auch merkt, wie ich immer beobachtet werde die ganze Zeit. Keine Versammlung sieht Kurkuna ein. Fand ich immer, sieht irgendwie gruselig aus. Oh, Herdner, wie überraschend. Kurkunas Verteidigung nimmt zu. Der spannendste Kampf. Einer der besten Pokémon-Gags im Anime, finde ich, ist bis heute immer noch der... ...Kampf. Raubis... Wie heißt denn Raubisentwicklung nochmal? Fuck. Halt das andere... ...Larven-Pokémon. Kurkuna und... Gäsen. Egal. Aber ihr kennt bestimmt alle die Folge. Wo die einfach stundenlang gegenüberstehen und immer Herdner machen. Das ist ein ganz guter Gag. Das ist echt zäh, ey. Ohne Scheiß. Das ist... Ich muss es ja machen. Ich kann ja nicht fliehen. Ah. Genau, jetzt seht ihr nämlich, wie ich hier beobachtet werde. Ich sehe es jetzt gerade. Jetzt hat es nämlich gerade umgestellt. Das ist die Verzögerung, die hier im Stream drin ist. Oh Gott. Oh Gott. Ja, Bisasam, du schaffst es. Geht nicht auf. Es ist ein harter Kampf, aber du kannst es schaffen. Ich glaube an dich, Bisasam. Ich glaube an dich. Sehr gut. Bisasam ist begeistert. Man sieht es richtig, wie begeistert Bisasam ist. Bisasam ist recht level 10. Was geht? Ach nein, der hat ja noch eins. Ach nein. Ich hätte vielleicht Eggelsamen gerade auch machen sollen. Dann wäre es ein bisschen schneller gegangen. Na, ah. Ich bin auch zu doof, ey. Ja, ich weiß. Sorry. Sorry. Peckl. Ja, genau. Saftkorn gegen Saftkorn. So, äh, heißt es. Das Pokémon. Saftkorn. Das Gegenstück zu Hortkorn. Oh, äh, Kurkuna. Hört ihr eigentlich, wie cool ich rhythmisch auf den A-Knopf drücke? Wir sollen mit 78 Erfahrungspunkte. Oh, ich habe kein kampfbereites Pokémon mehr. Ugi gewinnt 70 Poké-Dollar. Gib mir halt dein Geld. So, gucken wir mal hier hoch. Gucken wir mal hier längs. Wenn ich super gut bin, als ich glaube ich gerade sogar wirklich war, ähm, also das Ding ist, Pokémon Speedrun. Habe ich ja gerade schon mal was davon erzählt, ähm, Speedrunner, die gehen durch den Fertanierwald immer auf einem ganz, äh, bestimmte Ebene, durch das hohe Gras. Und nicht, äh, äh, über den Weg, wo halt gar nichts ist, weil, ähm, manche der, der Grasbüschel, die haben keine Encounter-Rate. Also, generell, also manche der Grasbüschel, das wurde halt mal irgendwann im Programmcode gefunden, äh, da kannst du reinlaufen, aber da wird kein Pokémon erscheinen, wenn du da lang gehst. Und die wissen halt genau, auf welchen Weg die gehen müssen. Ganz interessant eigentlich. Pff, Käfersammler. Pff, spannend. Pff, spannend. Pff, spannend. Pff, spannend. Pff, spannend. Pam, 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 pam. Pokémon ist wirklich ein entertainendes Spiel. Puh, Entschuldigung. Ach, das ist aber auch, ey. Meistens spiele ich Pokémon immer noch nebenbei. Bin ich noch unkonzentriert? Ne, ich glaube, selbst wenn ich Pokémon jetzt auf dem Gameboy spielen würde und würde nebenbei noch irgendwie Fernseh gucken oder Podcast laufen lassen oder so, wäre ich wahrscheinlich trotzdem noch konzentrierter, als wie ich es jetzt bin, weil ich immer noch im Chat gucke und Angst habe, dass die Aufnahme abschmiert. Ach. So, ach, eigentlich rede ich die Gegner immer noch mal an, nachdem ich sie besiegt habe. Hätte ich es nicht gemacht, weil ich hier schnell aus dem hohen Gras raus wollte. Auf Wiedersehen im Fertanierpfald. Der nächste Ort ist Mamoria City. Achte auf, bist du am Wegesrand. Pokémon können sie mit einer Spezialtechnik klein hacken. Viele Pokémon leben in Höhlen und Wäldern. Du solltest dich überall umsehen, um verschiedene zu finden. Ne. So, und hier gibt es nämlich Nidoran. Deswegen gucke ich hier jetzt mal in den Busch. Gelbe Edition habe ich immer hier sehr viel trainiert. Taub sie... Ignorieren wir. Ich will ein Nidoran. Ich will ein männliches Nidoran. Ich will kein weibliches Nidoran. Denn nur männliche Nidoran sind super cool. Speedrunner benutzen auch ein Nidoran. Ein männliches Nidoran. Denn, das ist so, Nidoran hat sehr viele so K.O.-Attacken, die du halt brauchst, gerade für das letzte Ding im Spiel. Und die fangen ja halt eigentlich nur ein Pokémon, nämlich das Nidoran, was dann halt auch sehr schnell zu Nidoran schon entwickelt ist. Kannst du, im Mondberg hast du das dann schon. Ein sehr starkes Pokémon für die, da wo du dann bist. Und, ähm... Das Riskante daran an der Taktik mit Nidoran zu machen ist halt, es kann halt viele gute Attacken, die halt so K.O.-Treffer dann immer landet. Aber es darf halt auf keinen... Aber es geht halt auch schnell kaputt. Also es wird auch schnell besiegt. Gerade sowieso, wenn du bei der Top 4 bist, dann bist du total unterlevelt. Aber durch diese Taktik, äh, das Nidoran zu haben und, äh, diese ganze K.O.-Attacken, die das beherrscht. Und, ähm... Dann wird immer noch sowas wie X-Angriff und X-Verteidigung und sowas eingesetzt. Und dadurch geht das auf. Dadurch können die mit einem Pokémon, mit Nidor King, das Spiel durchspielen. Und völlig unterlevelt. Wo kommt das denn jetzt? Fuck. Ich weiß, dass es das hier gibt. Ich bin nicht bescheuert. Ich bin nicht ganz bescheuert. Ist es eigentlich so, dass man Raupi nur in jeweils einer Version kriegt? Oder... On-Liu? Weiß ich ehrlich gesagt gerade. Echt nicht mehr. Keine Ahnung. Okay, ich brauche jetzt drei Pokémon noch. Wenn dann kein Nidoran dabei war, dann drauf geschissen. Ich fange einfach gar keine Pokémon. Ich mache es so wie ganz früher. Einfach nur mit einem Pokémon durchspielen. Keine anderen Pokémon fangen. Nur mit dem Starter-Pokémon. Das war übrigens lange Zeit, bevor diese Strategie mit Nidor King entdeckt wurde. Da war Shiggy dann das Pokémon. Also da haben die halt auch nur ein Pokémon trainiert, Shiggy. Und dann halt Torok. Aber dann hat man festgestellt, mit Nidor King funktioniert es besser. Obwohl man es sogar extra noch fangen muss. Das gibt es heute nicht, ey. Da muss es aber Nidoran geben. Ich weiß doch, dass ich das gefangen habe. Hätte ich das... Hätte ich meine Pokébälle vorhin schon gehabt. Ich kann es nicht akzeptieren, dass es hier keinen Nidoran gibt. Verdammte Scheiße. Aber scheinbar gibt es keinen Nidoran. Soll ich hier nochmal zurücklaufen in den anderen Dings? Egal, wir gehen jetzt erstmal in Memoria City. Rein. Tipps für Trainer. Unabhängig von der Dauer seines Einsatzes, erhält jedes Pokémon für die Teilnahme an einem Kampf Erfahrungspunkte. EP. Psst. Weißt du, was ich hier mache? Nein. Ich versprühe, Schuss und Pokémon von meinem Garten fernzuhalten. Der Garten mit den dänzenden Blumen. Memoria City. Die steingraue Stadt. Ach, ich weiß nicht. Ich finde, dass... Eigentlich jede Stadt in diesem Spiel relativ steingrau. Die Bäume und Pflanzen, diese Dinger, was auch immer das hier ist. Bojen, die einfach überall rumstehen. Das ist alles sehr grau. Grau, schwarz. Schwarz, weiß, grau. Hier gibt es nur wenige ernsthafte Pokémon-Trainer. Aber Rocco, der Arena-Leiter von Memoria City, versteht sein Geschäft. Ich verstehe mein Geschäft auch und ich arbeite auf der Kläranlage. Ah, versteht ihr mein Geschäft? Willkommen im Pokémon-Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Heilen. Okay, wir benötigen deine Pokémon. Jetzt hat man noch nur ein Pokémon. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Pugelhof?